erst wieder runter in den gang rein immer noch immer noch im gang eventuell schon 17 sekunden einer jetzt wieder hier drin zwei leute bei c2 bei c2 bei c sind direkt drauf sind immer noch da die snipen von händen einer aus unten einer aus unten haben einen haben einen auf der t-zone der titan kommt jetzt hoch richtig gut leute hat er gezündet ja ich bin aber weg sehr schön klaus die hatten 1700 1720 2020 richtig geil ja